So, Mount Tongariro, Schicksalsberg und hier der andere große schneebedeckte Berg, der Fakapapa-Skigebiet. Und vor dieser Kulisse sage ich jetzt mal direkt in die Kamera, irgendwann reicht es auch mal, ich habe satt, meine Haare nerven, gerade bei so Wanderungen schwitzt man dann doch ganz schön unter den Haaren, deswegen kommen diese Haare jetzt vor dieser wunderbaren Aussicht ab. So, das war's. Ja, neuer Mensch bin ich dadurch nicht geworden, aber es ist wieder angenehmer hier, vor allem, wo der Sommer kommt und wo wir auf der Nordinsel sind und die Südinsel als wild und naturbekannt und wir jetzt auf der Nordinsel, die eher für die Mauere-Kultur steht, und so bin ich jetzt auch wieder kultiviert. Und eine lästige Sache, nämlich das Haare kämmen, das mich schon echt genervt hat, hat sich damit jetzt erledigt. Und den, äh, äh, geht nicht, brauchen wir dadurch jetzt nicht mehr. Und jetzt geht's weiter in Richtung die Blümmer. Tschüss! Tschüss!